Wie ist es denn, was er jetzt aus seiner Garage holt? Oh! Da ist sie, die private ES von Chris Palfa mit allem Gepäck, was er dabei hat. Also über 350 Kilo wiegt ihr Schätzchen. Und wir haben doch auch noch ein Trophy. Und da schwellt er sie auf den Künder ein. Ich glaube es so. Und da schwellt er sie auf den Künder ein. Ich glaube es so. Das sind der Künder. Oh, oh! 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 Ich kann sagen, heute habt ihr wieder richtig Spaß, gell? Heute setzt uns wieder richtig krass in der Kiste. Wir machen jetzt die Kiste. Wir kommen und haben die Kiste. Wir freuen uns auf Rennung. Vielen Dank.